Adler, vor allem möchte ich euch bitten, euch alle für den Kanal anzumelden und die Benachrichtigungen zu aktivieren, denn was ich enthüllen werde, wird euch alle umhauen. Das ist eine explosive Nachricht, die den Kurs von Eintracht Frankfurt komplett verändern kann. Seid ihr bereit für den Einschlag? Gestern, während des Unentschiedens gegen den VfL Bochum, erlitt Eintracht Frankfurt schwere Verluste, die das Team in den kommenden Spielen stark beeinträchtigen werden. Hugo Larson, einer unserer vielversprechenden Talente, erlitt eine Verletzung an der Oberschenkelsehne und wird etwa drei Wochen ausfallen. Ein bedeutender Verlust für uns, zweifellos. Aber die schlechten Nachrichten hören hier nicht auf. Torhüter Kevin Trapp hatte auch Probleme mit dem Rücken und musste das Aufwärmen unterbrechen, aber glücklicherweise wurde später nichts Ernstes festgestellt. Wir müssen ihn jedoch im Auge behalten. Und auch Omar Mamouche, ein weiterer wichtiger Spieler, erlitt eine Verletzung. Aber es wird erwartet, dass er bald zurück sein wird. Was für eine Turbulenz, nicht wahr? Nun, die große Frage, die nicht unbeantwortet bleiben soll. Wie werden sich diese Verluste auf unsere Ambitionen in der Bundesliga auswirken? Welcher dieser Spieler wird am meisten fehlen? Kevin Trapp, Omar Mamouche oder Hugo Larson? Ich möchte sehen, wie alle im Kommentarbereich interagieren und mit einem klaren Ja oder Nein antworten. Und vergesst nicht, den Like zu hinterlassen, wenn ihr gespannt auf weitere Updates zu dieser Situation seid. Also bleibt dran und verfolgt den Kanal für weitere Nachrichten und Analysen über Eintracht Frankfurt. Gemeinsam werden wir diese Herausforderungen meistern und mit Entschlossenheit voranschreiten. Dann schreiten Untertitelung des ZDF, 2020